Die Magnolia-Konferenz ist für uns sehr, sehr interessant. Wir wollen neue Kunden kennenlernen, wir wollen das Netzwerk von Magnolia kennenlernen und sicherlich auch Neues zu hören, wohin Magnolia in der Zukunft gehen wird, weil es ist auch unsere Zukunft. Immer sehr spannend ist die Keynote von Pascal und Boris. Da werden die Produktneuheiten präsentiert. Da finde ich jeweils auch immer den spannendsten Event an der Konferenz. Am meisten gespannt bin ich auf die Keynote des neuen CTO Jan Haderka. Es ist immer spannend wieder die Leute zu treffen. Ich habe auch von Magnolia einige Leute kennengelernt und ich treffe auch Kollegen dort wieder und dort gibt es immer interessante Gespräche. Für mich persönlich einfach so ein Gefühl, was Magnolia will, wo geht es hin oder wo steht Magnolia vielleicht auch in fünf Jahren.